Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dark Heritage, oder wie auch immer man es aussprechen mag. Ich weiß es bis jetzt ja noch nicht. Ja, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben in der Hütte des Fischers. Und dem sollen wir ja jetzt helfen. Und ja, wie ihr ja wisst, das hier ist einfach nur eine, ja, quasi Let's Play Wiederholung. Das heißt, äh, eigentlich, alle, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich das hier schon mal gespielt habe. Und, äh, ja, wie gesagt, aufgrund schlechter Soundqualität und so weiter und so weiter, äh, habe ich mich ja dazu entschlossen, das alles nochmal aufzunehmen. Nur für Leute, die jetzt halt erst einschalten, nochmal so als kleine Info. Ähm, wir schauen uns hier erstmal um. Und, die Figuren sind unverständlich, sie wirken so traurig. Ja, zumindest hier schon mal seinen Arm und sie hat ihren Arm auch schon mal. Äh, aber es fehlt halt trotzdem noch ein bisschen was. Leuchtet ein wirklich nicht dunkelhaft. In diesem Bild fehlt eine Scheibe. So. Und hier dürfen wir nochmal ein bisschen wimmeln. Motto, fliege, li-li. Ich sehe schon wieder so viel fliege. Ja, da hört's auf. Motto. Die, die sehe ich immer noch nicht. Oder das? Das da, okay. Ohrring, Messer, Fächer. Ohrring habe ich gesehen, Fächer auch. Aber wo ist der Ohrring nochmal abgeblieben? Und das Messerchen, das war die Farbtube. Aber das Messerchen, wo ist das das? Was ist das denn? Lippenstift und Pantoffeln. Weil das so einfach ist hier. Da. Und wo sind die Pantoffeln? Da. So, was kriegen wir? Wir haben hier ein Messer. Okay. Ich habe vergessen, meinen Fernseher auszumachen. Aber irgendwann hört's da Gott sei Dank nicht. So, wir haben jetzt hier ein Messer. Das ist die Frage, alle Fragen. Nein. Das ist nicht. Mein Vogel sieht auch gut aus. Da fehlt noch ein bisschen. Ja gut, hier fehlt ja auch noch was. Ich weiß also noch gar nicht, wo wir hin müssen. Da geht's zum... Achso. Hier geht's ja noch hoch. Dafür brauchen wir ja irgendein Klappen. Das krieg ich doch das Elb noch nicht raus. Aha, aha, aha. Nein. 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 Und Tagebruch zieht wir. Karte. Karte bringt uns nicht wirklich weiter. Wir gehen. Ich muss es auch irgendwas geben. Hm. Maße gesperrt. Da fehlen die Knöpfe. Da fehlen die Knöpfe. Hier kann ich sonst nichts weiter machen. Gut. Also wir können irgendwas im Haus machen. Ah, aber mit denen hier kann ich zum Beispiel nichts mehr machen. Das ist eine gute Idee. Ah, Bob Schafes. Ja. Dann haben wir einen rostigen Schlüssel. Ne? Dann haben wir auch Streichhölzer. Das ist schon wieder die nächste Folge. Wofür bräuchte ich Streichhölzer? Nicht, um die Lampen anzumachen. Ah, das ist vielleicht gar nicht gut. Das tut mir leid. Nicht nur dir. Ja. 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 Nein, dafür benötigen wir was anderes. Ja, es ist tatsächlich unser Koffer. Wir brauchen so ein Koffer hier. Also, ne? Nichts was ich meine. Also hier können wir definitiv nichts mehr drin machen. Weiß nur nicht, was ich mit jedem frühen Feuerzeug jetzt anstellen soll. Also da brauche ich garanti keiner. Okay. Was wir getan haben. Ja. Wir haben Herzen lieb. Wollt ihr sie verbrennen? Nein. 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 Es hätte ja sein können. Nein. Ja, wir müssen uns aufschneiden. Nein. Bootshaken, Bootshaken. Nein. Ist auch nicht das Richtige. Wir benötigen etwas anderes. Wir benötigen etwas anderes. Wir haben da auf jeden Fall nicht. Ist es vielleicht irgendwo irgendwas im Wasser, was wir holen können? Ja. Da ist das eine Brett. Da ist das eine Brett. So. Jetzt haben wir die Bretter zusammen. Weil die Bretter jetzt auch einfach mal so halten. Ohne irgendwas. Äh, ein Stück dieses Kristall könnte ich ganz gut gebrauchen, aber ich kann es nicht entfernen. Doch können wir. Wir haben nicht bezacke. Wofür wir den brauchen? Nein. Wozu brauchen wir jetzt den Kristall? Achso, die Leiter können wir auch mitnehmen. Warum brauchen wir jetzt hier nicht mehr? Okay. 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 Dann... Dann... Hier haben wir jetzt diese komischen Klingechen. Ein paar Blinsen. Und ich weiß auch schon, wofür wir diese Farblinsen brauchen. Hierfür. Es wird immer noch etwas. Ja, was denn? Achso, wahrscheinlich das hier, ne? Ich lege die Linsen an, sodass sich die gleichen Farben gegenüberliegen. Okay. War jetzt nicht besonders schwer. So, und mit dem Steinchen, kann ich mir auch vorstellen, was wir machen können. Und zwar passt das in die Aussparung von der Frau. So, nur für den Mann fehlt noch was. Und da weiß ich jetzt noch nicht weiter. Natürlich wieder keine Ahnung. Ich muss ja hier jetzt auch weiter gehen. Im Haus ist nichts mehr. Dafür brauchen wir immer noch einen Knopf. Ja, Spahn muss da auch noch irgendwas rein. Eine Art Scheibe fehlt. Wir müssen auf jeden Fall jetzt raus. Es muss also irgendwas hier hinten sein. Wir grenzen den da schon mal ein. Aber... Wir müssen außer Betrieb ein gutes Zweichen. Ich habe keine Ahnung, wie wir uns das hier weiterhelfen soll. Ich sehe hier auch kein Rädchen irgendwo. Ich sehe hier auch kein Rädchen irgendwo. Aber kein Rädchen. Und dafür haben wir halt nur nichts. Jetzt... Sehr am Herzen liegen Also ich hier auch nicht Okay, es ist auf jeden Fall jetzt hier oder im... eben... im Fairhouse Groß ist, falls ich beim besten Willen nicht... Wird wahrscheinlich irgendwas sein, was ganz, ganz einfach zu finden ist Weil ich aber zu blöd bin Was ist so gestoßen? Gibt zwar alles keinen Sinn hier Gut, das ist auf jeden Fall jetzt hier drin Was hier drin ist, äh, weiß ich nicht Ich weiß es Wie blöd, wie blöd muss man sein Okay, gut Ist erledigt Ich hab nichts gesagt Ich hab mich gar nichts Der Licht geht auf Oh sehr schön Da ist mein Wasser So Und das hätten wir dann also schon Komm schon Jetzt können wir hier hinten rein Ja Noch etwas dünnes Ja, es ist dünn Ja, es ist dünn Das ist auch dünn Niemand wusste so viel über Mystische Oder wie Professor Schalt Ja So So Ich kann jetzt irgendwie aufbrechen Dafür haben wir aber was Ja Ja Aber Aber Da passt doch Aber wir haben doch Okay Kein Fisch Ah Sieht wie eine Art Ich müsste das Rezept aus Okay Ja 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 Da fehlt aber noch ein bisschen was Da fehlt aber noch ein bisschen was Hätte ja sein können Da fehlt es zum Beispiel aber das ist gerade auch ein bisschen was Ist das schon sicher wie immer wieder Hier Ja Ich zog's dann auch noch am rücken hav Es kommt da rein Äh 鑑 Okay. Was kommt denn da rein, oder wie? Okay. Ah, yeah. Okay. Öffne dich. Professor Schalt hat ein einziges seltenes Buch einmal erwähnt. Vielleicht wird er hier eine alte Dühne beschrieben. Ja. Nur die Außerwählte hört die Stimmen von den Tieren und verwundeten Seelen. Nur sie kann verlorene Zeit wieder bringen. Okay. So, hier kommt das Ding rein. Oh, du Grüne Neuner. Ach, du Grüne Neuner. Okay. 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 So, jetzt nur noch diese Seite hier. Okay. 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 Wir müssen doch irgendwie... Das ist aber unruhig, was hier... Das ist aber auch ein bisschen... Was ist das? Ja, das muss ich jetzt erst vor dem, hinter dem, kriege ich. Vor dem... Problem ist, dass das eine da weg muss. Och mon, ich habe solche Rätsel. Der gibt doch einfach keinen Sinn gerade, wie ich es mache. Was dahin? So, jetzt haben wir es. Sehr schön. Schluss haben wir es noch mal gekriegt. Hier fehlt noch ein Teil. Der ist es nicht. Das müssen wir hier noch irgendwie aufbrechen. Okay. Nein? Nein? Er fehlt noch ein Knopf für... Aber hier kommen wir auch noch nicht weiter. Also muss... Hallo? Muss es hinten in der Hütte sein? Ja. Ja. Ja.